Der FC Bayern empfing zu Hause mit Fenerbahce Ülker den Meister aus der Türkei, der seit 2007 wieder in der Erfolgsspur ist und in den Jahren 2007, 2008, 10, 11 und jetzt 14 die hart umkämpfte Meisterschaft am Bosporus holte. Aber leider reichte es auch diesmal nur zu einer Niederlage, übrigens der dritten in Folge, hier die Szenen zum Spiel. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020